Sauberleut Joshi hier und wer kommt zurück zu Sancho Bord Bord Matapakor wer ist ja schnell bemerkt C ja und wir haben jetzt das bei Handhaus gesichert mit der geile Garage und wir sollten übrigens Helikopter zum Hubschrauber lange Platz hinzufügen damit wir diesen benutzen können das ist gut zu wissen um er ist am Ende habe ich schon gemacht es ist nicht der Erste es soll der Gebeten hat was bist du denn für den Alien du leuchten zu gewinnen ja geil guck mal dass meine Dame Loll ich kann die waren also wenn ich über die Trübe hier ist es so ein Grünes Kreuz das heißt das ist Freund ja klar die ist auch eine von den Saints das Löffel hierher bitte Dankeschön weil es meine Begleiterin ist ja ich hab'n bessere als dich was wohl auf sie zu erschießen das ist eine Frau das macht man nicht was ist das hier was ist was ist das für eine Pistole bitte seit wann habe ich den Taser das ist ein Taser ach so das erklärt's warum habe ich den nein kann ich dich nicht taisen nein alter dafür dass du meine Begleiterin tötest alter das ist was der Bauberein Prozent der Welt auch nicht mehr in den Dauern ich muss meine Begleiterin auch fast getötet so erlasst die nächste Mission einfach machen ich bin im Taxi danke ja genau so warum ich jetzt bitte umgefahren das das alles ist ganz unmausen das soll jetzt habe ich ein Spektor ausdeckt was ist denn das Spektor-Ding das ist das Motorrad ach so sehr gut sehr gut etwas durch die kann ich ja bekanntlich nicht umgehen das ist sehr gut das ist sehr gut in diesem Spielmodus geht es darum den J-Plus zu machen also so wie immer eigentlich also immer hat es besser als Städte Modus wechseln aber diesmal scheint er besser zu sein als ich deswegen ist das nicht so gut weil was fährst du bitte The Quad ach so Quadzinski ah sehr gut Prozent der Ecke ich war die ganze Zeit gegen die Mauer aber ich hätte ich für die ich bleibe ne du hast bei mir noch mehr als drei Viertel Leben er war doch noch so viel was schon schlimm genug Uwe fast in den Baum geflogen gegen das Dach ich verliere in dem Modus eigentlich immer ja das ist auch gut so oder denn das sind Prozent 200 Dollar ich bin einfach zu awesome für dich ich kann fahren wie ich will links herum rechts herum es spielt kein keine Rolle du triffst mich eh nicht und wupp du wurdest wieder geportet und wupp du wurdest wieder geportet und wupps echt mehr Missionen machen und übrigens ich hab keine doch ich hab noch ein Vorderrad aber nur das rechte und nicht mehr das linke ach so ich kann noch weiter fliegen ja du kannst mich noch weiter versucht zu töten die letzten 46 Sekunden 40 so dass Prozent kann der eigentlich gar nicht und ich mach den da immer als erstes platt auch wenn ich letzter bin mach ich dir mal als erstes platt wir wollen dir ja noch ne Chance lassen aber du weißt wahrscheinlich schon wieder nicht wo ich hin bin und jetzt machen wir mal hier den over 4003 ja mal sehen ob wir das schaffen ne komm ich treff dich einfach nicht yes over 4003 successfully und wir haben kein äh schon mal hinten und vorne keine Raider mehr doch Raider schon aber keine Raider NEIN ich bin explodiert und jetzt dürfen wir den J jagen das sieht ein bisschen cooler aus vor allem weil das Motorrad geil ist das ist das äh Spectre Motorrad von Staaack ähm Staaack wird noch in späteren Video Parts introduced werden das können wir auch schon mal sagen und wir machen den Part unbedingt kompliziert ja wir erleiden ihn so einen gewissen Bildungsauftrag äh in dem wir einfach nur so daher fliegen und dich töten gleich wo bist du da wo du nicht bist ja anscheinend und wir steigen mal ein bisschen auf du kannst auch den Modus wechseln du kannst das Motorrad ja mal ein bisschen zeigen ja ne sonst verliere ich ja das ist ja nicht Sinn der Sache ich hab auch die ganze Zeit den Modus gewechselt und da liegt unsere Begleiterin auf dem Boden MEINE Begleiterin nicht deine treffe ich dich mal vernünftig aaaaaaahhhh wo sind du jetzt nicht ich kann dich mal gescheit fahren oder das ohne direkte Lenkung hier das hat schon ziemlich direkte Lenkung und ich hoffe du kenszt Oh ich hab vorne links kein bald kein okay ich hab kein Reifen mehr und ihr könntet ja mal in die Kommentare schreiben wer besser fliegen kann also ich finde ja eindeutig ich ist ja klar was denn sonst die haben mich ja nicht gesehen ich verliere immer das ist einfach nur so unfair nein das ist überhaupt nicht so und jetzt bitte machen wir gescheit noch ein Auftrag aber erstmal Bargeld abheben nämlich 500 Dollar ja ich spiel jetzt nochmal mit Piers ein bisschen herum oder an Piers ein bisschen herum das weiß ich nicht genau aber ich denke ich bin bereit zu machen auf dem Syndicate Was hast du in mir? Geht in die Krippe. Ich habe etwas gefunden, du solltest sehen das besser wäre mein Zeit ich denke es ist ein sicheres Bisschen, es wäre ein sicheres Bisschen Ich denke es ist ein sicheres Bisschen, es wäre ein sicheres Bisschen ey was will der Cop da bitte? und äh warum will keiner... Ah! Ein Moppet! Ein Moppet! Ein Moppet! Meins! Dankeschön dass die Leute hier immer so freundlich sind und einem direkt die Motorräder überlassen, ne? Ja, finde ich auch Das ist absoluter Pro-Punkt an denen und du bist natürlich mal wieder nicht beim Hauptquartier of the motherfucking Saints So, ich bin ein Peacemaker, wie kann man nochmal Sirene anmachen? oder? Null, glaube ich Artins Horn Null? Kann das sein? Nee Boots 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 Jetzt ist eh zu spät, also... Ja, ich war schon da Ja, ja, ja So, den fetten Schlüssel Bunt Boots 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 ich glaub das müssen wir doch dieses Auto abschießen oder das Auto beschützen davor dass es abgeschossen wird oder wir müssen den Flug also Dingens da abschießen alles Möglichkeiten das könnt ihr erfahren wenn ihr unsere Videos kokentotet kokentotet totet ja totet genau jetzt ist das wir müssen den beschützen und dann kommt die diese Modusine erscheint mir gefährlich auch mal das leckt einfach nur so wir dürfen die nicht explodieren lassen wenn die neben dem sind das ist gefährlich und wir müssen ein bisschen vor die Autos schießen weißt du schon ne aber lassen wir nicht explodieren wenn die neben dem sind warum nicht erklär uns das nochmal, Jayme ist das zu kompliziert warum wohl nicht ey jetzt fliegt der so ein toll nein ich bin einfach so ein Hardcore-Aimer weißt du ich treff immer ja ja zu gefährlich das können wir nicht zulassen das einfach durch, das einfach durch also fangt auf der nächste oh shit, durchgekommen yeah was sag ich dir die ganze Zeit und du überfolgst es einfach nichts ja was sag ich dir die ganze Zeit und du überfolgst es einfach nichts ja mann oh ich hab die Leutanne abgeschossen oh mann sie war doch nur so jung ich seh grad gar nichts und du hast grad auf unser Auto geschossen nein, ich hab da hinter geschossen ich seh grad nichts, wenn der mal ein bisschen besser fliegen würde so, links sieht man seinen Fortschritt, der ist nicht gerade weit ja, da fahren wir am Anfang ich hab hier nicht mehr was okay wir haben immer lange dafür gebraucht Kernmaschine gefährlich oh 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 my god nein and it feels like I am just close to hit you oh my god oh my goodness oh my god, it's exploding all the time so, der hat schon wieder die Hälfte von seinem Schutz da verloren and it feels like I am just too good to sing here I actually would be SDS because it's very anglischeehaft la 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 boops, oh krass, ein Schwerber ha schneller flieg wie ein Flieger bist du stark, stark, stark wie ein Tiger wenn das Video von der GEMA gesperrt wird, wissen wir aber rum ja, die Wissen soll ja nicht, nur wir wissen es dann so, jetzt sind wir ein bisschen rumsnipern ach, hier stimmt jetzt schnippern an gesagt und total synchron und jetzt hängen wir natürlich hier an dem Dach da dran und mit Rad hoch und Rad runter können wir zoomen totales Stille jeder muss sich konzentrieren, soll ich mal an seinen Typen da abschießen nein, du sollst den da abschießen nein, du sollst den da abschießen einschaut oh, vielleicht soll ich nachladen einfach als Yoshi ha, ich hab mit einem Schuss hier getötet, was? Film mit einem Treffer, ich auch ja, Kill mit einem Treffer ist hier nicht unbedingt Kopfschuss das kann ja auch ein, ein, ein Genickschuss sein siehste Kopfschuss, es gibt nämlich extra Deklarationen für ach ne, das hab ich auch schon gehabt ne, das glaub ich dir nicht, das, 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 nein, das ist unwahrscheinlich oh man, du räumst dir einfach alles ab, weil ich zu langsam bin ja, ich hab halt schon die bessere Maus ja, klar Alter, wie läuft der da gerade, bitte? oh, ich glaub, der ist ein bisschen betrunken ich will ein klein bisschen komm, den nächsten wo? ah, da ja, hier, Headshot in der Bewegung Kill mit einem Treffer, drei kannst du das toppen, hä, wo sein? so, ich glaub, jetzt sollten wir nicht mehr verlieren können ich will einfach näher zoomen können ah, sehr gut wir haben gewonnen ja, wir haben geschafft wow, shoot and kill oder er wurde gekillt, ist natürlich auch ne Möglichkeit ja, das war bestimmt das Ziel Respekt wo? ah, Geld, 2004 Respekt und Morgenstank für Sitzkontrolle 82 pro Stunde 2% Schutzengel Begini ey, du da ne, komm mal her das ist ein extra Auftrag Hutenschlag äh, bringt wohl bei einer Frau recht wenig hab ich ja gesagt echt, also ich weiß ja nicht, was du für Frauen kennst, aber ich kenn da so Leute hab Justin Bieber JB Hust junger ich bin kein Justin Bieber Fan ich hasse Justin Bieber du bist ein kleiner Bieber du bist ein kleiner Bieber hält einfach so im Maul, Junge wollen wir ein bisschen Scheiß jetzt bauen, weil so lange können wir jetzt ja nicht mehr machen, ne? bisschen Scheiße bauen, oder? lass mal Scheiße bauen, was können wir machen? wir können ich lauf ja schon los fahr fahr fahr, als ging es um dein Leben es geht um dein Leben, aber egal das musst du ja nicht wissen ja und zwar, wo wir jetzt hinfahren äh, wir fahren auf diese Insel wo, also die Insel von der Armee und da sind lauter Helis, also Kampfhelis und so weiter drauf und äh, da wir ja jetzt ein Domizil mit Helikopterparkplatz haben ähm können wir die auch parken logischerweise weil unsere, ähm, ganze Garage wurde ja leider nicht übernommen weil wir neu angefangen haben im anderen Spielstand ist sie noch und das ist ne ewige Garage, sag ich euch naja, die, die haben wir spätestens ein paar Monaten auch noch in ein paar Monaten das, naja egal mal gucken was noch aus dem Display hier wird oh yeah, voll gefailed wir haben vor allem gut getroffen hier like always ey, wenn die Kärmaschine nicht den Weg blockieren würde, danke yeah wow, verbotszone wird betreten so, wir haben automatisch drei Sterne, egal was wir gemacht hätten so, da kommt auch direkt die Army ja, genau übernehmen wir jetzt mal ein bisschen Control wir control in die jetzt mal ein bisschen, so oh, ich war die Fallschule jetzt machen wir ein bisschen, ähm Halligalli wir sind in Flammen übrigens schon äh, wir? ah nein, nicht in Flammen, wir rauchen mein ich äh, wir? also wir rauchen nicht, aber wir rauchen im Spiel äh, wir? du redest von wir so okay, du bist... nein, nein willst du mich bearschen? willst du mich bearschen? wo bist du? wo bist du? wo bist du? los, los, komm her nein 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 heli warte warte bitte, 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 bitte oh nein Jay, wie kannst du nur? ach komm, lass nochmal hinfahren, ich fahr nein, ich fahr, weil ich das erfahren kann dann fährt er jeder für sich laufen wir auch nicht, laufen wir auch nicht Gefahr, gemeinsam gekillt zu werden ja, dann musst du mir... dann fahr du vor, dann weiß ich wo lang du kannst es doch einfach als Ziel einstellen, na egal das wäre jetzt so einfach ATAH! du fährst ja gut soll ich jetzt mal ein Radio einstellen? ja soll ich auf dich warten? nein, ich bin schon schnell genug ups, ich hab grad nicht auf die Straße geguckt ich merk's wenn du nicht auf die Straße guck so, einfach jetzt gehe ich gerade aus und dann irgendwann abbiegen ja, jetzt nach rechts dann nach rechts? ok ich hole voll auf dich auf und mich wügelt gerade eine Laterne nein, verdammt das ist nach links zu früh gesagt zu spät zu was auch immer und jetzt nach rechts das ist sehr früh gewesen gerade und ich bin wahrscheinlich nicht als erster da und jetzt haben wir gleich drei Sterne alles nur wegen dir ja, 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 ja jetzt kann ich dir wenigstens die Schulter in die Schuhe schieben ja toll, mir kommt sie jetzt schon entgegen ja, deswegen ja hab ich mich beeilt so, da stehen auf jeden Fall Helis ja, eben standen da auch Helis aber du warst ja zu unfähig am Leben zu bleiben ja, genau ja, wer ist nicht als erster drauf gegangen? hä? 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 wer war das? genau du obwohl ich das hätte sein müssen technisch gesehen so, hab ich hier ne Waffe au scheiße ne, hab ich nicht so, das hier ist immer meiner na, meiner ist das der Richtige? geht doch Igel ist das der Richtige? ne, das ist nicht der Richtige das ist keine Waffen ja, das hab ich auch gerade gemerkt ich hab Waffen so, super, dann verteidigung und zwar ach, der da hat Waffen glaub ich, ne ich hab immer mehrfach Kill ach so, hier ist auch noch einer mit Waffen? hier, hier oben der hier? der hier? ja, Moment, ich stell dir den hier hin ne, 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 komm hoch warte das ich hol dich ab ah ne, das auch ein Igel verdammt oh, nein komm schon wo? wo? zum Geier die Fall gerade geh runter geh runter geh runter los verlet mich wieder bitte ich mach ja schon aber ich, ich glaub ja aber Hilfe, ich werd auch beschossen Hilfe meintest du den hier? welchen denn? der hier, der steht hier oben, den ich meinte, der mit Waffen ja, dann gib mir den gib mir den du war schon ein der steht noch ja, nein los, lauf ey komm los bisschen arm ist es schon, oder? los los lauf du willst mich hier nicht tot NOOOOO nein man ich würd sagen, das ist alles Jace schuld ja, ja so, diesmal fahr ich wie viel Zeit haben wir denn noch? wir haben jetzt 20 Minuten, aber egal falsche Richtung, oder? da kommt einfach so ein Auto und ich hab mich um falsche Richtung, oder? ja au warte mal karte das ist dieses, was rechts von uns ist, ne? ungefähr so ich hab mir, äh, den Weg gemerkt, ich brauch gar kein GPS mehr boah, du pro vom Krankenhaus weiß ich den Weg jetzt fahr mir einfach nach wenn ich mich verfahr, dann ist es egal ist es egal BOO ich mach mir mein scheiß eigenes Radio sicher, dass wir richtig sind? ich mein, ich hab hier ein V10, ja? und du bist mit deinem Schulwurst schneller haha ok, ich glaub ich hab mich verfahren ja, glaub ich aber auch au au ich fahr da rein ich fahr jetzt da, wo ich denke, dass ich flanken muss alter, der Schulwurst sieht vorne, wenn er deine Mutter aufhörert hat so scheiße aus tja, hast du das einfach nur so geil, wie das aussieht jetzt so ich hab mir jetzt bei GPS einfach mal richtig eingestellt wieder ist das eine Insel rechts von dem einen Kontinent, ja, ne? ja, doch, ich fahr richtig, glaub ich ja, das ist, das ist ein kleines Kontinent, ja? ja, das ist, das ist ein kleines Kontinent, ja? ja, das ist eigentlich die Stadt, in der wir sind okay, Habe ich mir schon fast gedacht SAINSTOWN, keine Ahnung, ich hab die Namen vergessen RAYCASTER heißt mein Auto ja, habe ich mir schon fast gedacht er war dem auf seinem moped um er war toll finde ich auch und ich und ich sollte vielleicht das Auto wechseln damit es hier nicht zu ich hole dich ab nee ich brauche einen eigenen Heli weil ich einen viel besseren haben will du kriegst aber kein Heli nicht mit mir als anwesenden so ah doch das ist ein Igel mit alter jetzt hör mal auf mich abzuschießen das ist ungefähr ich hab dich gerade gerettet ja sei mir dankbar so ich ich fliege ihn heim, schalalala fliege ihn heim, schalalala ich kenne das Lied nicht mehr ich kann so super singen und ich kann so super singen ich sollte besser mal nicht ruhig sein damit die GEMA das nicht sperrt ach komm die GEMA mag uns bestimmt genau die GEMA mag uns garantiert ja für uns, äh für mich macht die deine Ausnahme natürlich ist ja klar ich mein für wen denn sonst ne für den Jano nicht so ich hab gleich einen besseren Heli glaub ich nicht der mir gerade ins Auge gestochen ist was für einer ist das denn? so der Tornado vom äh Militär was? den hast du bekommen? wie das? der steht da so auf dem Ding ins Tier ne ich hab nur den das ist der mit den Lenkraketen find ich geil ach das ist der? oh ok ich guck mal ob ich den auch noch bekomme dann flieg ich nochmal zurück ne bleib mal da ne der hab ich ja jetzt der da auf dem Dach stand ja dann hol ich den wo ist denn hier unser Hauptkontier ich weiß gar nicht mehr wir fliegen einfach aneinander vorbei dann dann weißt ja wo langs geht ich bin der der die ganze Zeit mit den Raketen ja ich seh's oh haha das wär knapp gewesen das wär so knapp gewesen das wär so geil gewesen ah da ok ach auf dem Dach auf dem ganz großen wo wo nur ein Platz ist ok gut zu wissen ja mal ein Flugzeug kill ach da ist unten da weil der Tornado kann nämlich auch ähm jetzt hier so anvisieren und dann äh ja halt festsetzen das Ziel sodass die Lenkraketen automatisch dahin fliegen das find ich geil deswegen heißen die Dinger vermuten vermutlich auch Lenkraketen genau vermutlich zwar nur aber wir haben vier Sterne übrigens ey verschießt mein Tornado nicht ab ja man ist in der Garage so und jetzt kann ich ihn gleich wiederholen weil der finden wer der verschwindet ja dann nicht mehr kann man ein paar Kills machen und dir so helfen ja das wär cool ich will nämlich auch mal ein Tornado ähm von wo werde ich denn da unten ist ein Panzer das der schießt mich die ganze Zeit ab ich dachte schon okay hier ist keiner jetzt ist leer alle ausgeflogen komm komm mal her es gibt so es ist der ganze ey die Haley's schießen mich ab was sind das für hässliche Haley's bitte also einfliege ich auch glaube ich ne das sind andere alter was sind das für hässliche Haley's ähm bist du das gerade wegen dem ich was ach da unten sind auch Fahrzeuge okay okay warte mal Geronimo hast du jetzt gemacht sicher mit mir einen Panzer wenn ich's schaffe ich flieg schon mal zu dir hin weil du hast nicht mehr besonders viel Leben nein nein zwei Meter vor dem Panzer und den wirst du dir jetzt wahrscheinlich sichern ne ich muss ich jetzt mal wiederbeleben noch 800 Meter nicht dein Ernst oder? du schaffst es eh nicht ja vor allem nicht wenn ein Heli einfach neben mir explodiert und mein Tornado qualmt und es kommt das Warnsignal noch eine Sekunde nein ich bin gestorben du bist auch gestorben? ja der Tornado ist explodiert das ist er in meiner Garage jetzt schon oh verdammt ich hole mir auch nochmal oh wir haben jetzt mega lange Folge verdammt ähm ja dann seht ihr im nächsten Part wie es weitergeht ich muss das ja alles hochladen dankeschön ich bin raus tschau ich bin ich bin ich bin ich bin es bin ich bin